Hi, wieder mit euch und einer neuen Videoreihe Sims 2 Mit euch Also wirklich, Toni Wir machen heute ein YouTuber-Haus mit Jungs Ja, einmal mit Jungs und einmal mit Mädchen Wo wollen wir da rein? Schön sichten? Nee, Verona will Verona will, okay Ja, aber es muss doch bei uns sein, oder nicht? Mh Mh Und Also wir machen zwei Personen Einen YouTuber und eine YouTuberin Ein YouTuber-Haus und eine YouTuberin-Haus Nein, sonst Zu viele, dann finden wir kein Haus Und machst du das Mädchen und ich denn noch? Ja, also Also, ähm, das Mädchen Ihr kennt's alle Ähm Mal gucken Also ihr seht das ja am Namen, aber Ich blute SOS Wow Also, ähm, wir den Namen YouTuber-WG Wir sehen's selber nicht, weil Das, wo ihr draufsteht, ist im Weg Achso, die G muss noch hin Okay, jetzt sehen wir's wieder Also, ja Dann, ihr kennt Diese Frau, die ich erstelle Ja, ich erstelle die Dagi hier Und ich danach auch jemanden Ja Sie ist noch nicht so blass Also, ehrlich mal Sorry Dagi Da ist ja jetzt so ein Bild von ihr, ne? Wie sie so guckt Voll ihre Haare Na ja Klar sind das irre Irre, irre Haare Irre, irre Sie hat die nur manchmal lockig, aber Diese lockigen hier, die Joll Aber diese lockigen hier, die gefallen mir nicht Guck mal Die fluffeln so Es passt nicht zu Dagi Es ist nicht Dagi, ich nehm die Manchmal hat immerhin Dagi auch normale Also, passt eigentlich immer Make-up, klar, muss drin sein Hatte, ja, wow Ich hab hier gerade noch so ein schönes Bild Ich sag's gleich Ich frage immer So 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 was Schön Ja, ne? So So, da kannst du abgucken Das ist hier ganz gezeit Hatte doch gerade an Ein schwarzes Teil, bloß ein T-Shirt Hatte sie auf dem Bild an Ihr Hosengeschmack kenne ich nicht Mach ich auch einfach mal die Ihhh, was würde Dagi denn anziehen? Bojoy, helf mir Ich pausier Wir haben ein besseres Bild von ihr gefunden Wo die alte Kleidung besser ist Und zwar Es gibt aber kein weißes T-Shirt Ach doch Wow Bei ihr ist ja auch was drauf Soll ich was ganz weißes? Ja, ne, ganz weißes Oder das ist, nee, das ist halt ja auch grün Ja, dann nehmen wir das Und? Wo ist das? Die kurze Ja, kurze Schwarze Ja, sie ist schön Aber ich guck nochmal weiter Ne Ne Das ist schön Einmal die Schuhe Wird sie zwar nie anziehen, aber egal Die Schuhe kann man sich nicht aussuchen in Sims 2 Also Schreibt doch mal in die Comments In die Kommentare Was ihr wollt Was wir noch Let's play Also Ob ich weiter Agario machen soll Schreibt mir eine neue Webseite rein Geht alles Ich weiß, dass wir uns zwei nie anziehen, aber egal Fett Spielen Ding Was ist da wie für ein Sternzeichen? Zum Erleit, wenn es nicht richtig ist Wir konnten nichts besseres finden Also erstelle ich selbst, wie sie ist Ordentlich Also auf jeden Fall ist sie sehr nett Machen wir mal von allem gleich viel So Dann ist sie jetzt einfach krebs So Ihr Laufband ist Ruf Sie will viele Freundschaften So Joy Jetzt kommt Julian Bam Ich glaube, ich esse meine Suppe Ich esse nämlich gerade Suppe Soll ich hier drauf? Ja Okay Ich bin bei Spiegel Also nicht aufregend, wenn ich dich ausklippe, wenn ich sterbe So So Dann machen wir mal Julian Bam Hier Soll ich auf deinem Konto auch mal gar nicht spüren? Kannst du Ich bring dich Levels ab Obwohl nein Du bist ja ausgesucht Oder er Julian Bam Ja komm Ich bin jetzt einfach mal ruhig Das war Gesichtsform Ja Diese Augen, die gefallen mir Ja komm Lass Mir mal die Haare Aha Mein Gott Was Nix Ich bin auch dabei das noch zu machen Ich hatte gerade die anderen was Aber ich will nochmal gucken Gibt's hier gar keine Caps, die hoch sind Die doof sind? Hoch Nee Gibt's nicht Dann müssen wir Jew ohne Bam Äh Ich wollte gerade sagen Dann müssen wir Jew ohne Bam machen Ja Sonst ist alles gut außer Der hat noch keinen richtigen Bart Ja Dann hat er diesmal auch keine Caps Ja Dann ist ihm die verloren gekommen Komm Dann wird dich den Bart weg machen Ja Dann komm den Bart weg machen Ähm Ja Du benutzt ja keine Schminken Ne Ja Du musst manchmal gucken welche Zeit das ist Wenn da so ein bisschen ist Dann kann er die Warte aufnehmen Sonst muss ich's schneiden So Ähm Jetzt bin ich mit dem Outfit Du musst nur sterben lassen für sie Er hat ja immer solche coolen Sachen an aber Okay Ich bin gestorben Er hat ja meist sowas an aber in schwarz man Gibt's nicht einfach sowas Ganz black Oder weiß Das sieht sowas Deee Lass ihn doch einfach so Machen So ne So Mann Anzüge herauspushen hier Mann Oh не Was sind hier verhässigene Anzüge Also echt Mann Jaaa, den nehmen wir mal. Kommen wir so. Ich denke, wir haben noch ein bisschen mehr. So jetzt kommt Schlafanzug, dann gebe ich einfach mal was schwarzes, Badehose, Höhne, Sport und so. Und er, das weiß ich, er ist Schütze. Und ja, was soll ich machen? Er möchte Laufbahnruhm, Laufbahnwissen, Laufbahnfamilie, Romantik, Laufbahnruf. Nehmen wir mal Familien, denn das ist Familie halt sehr wichtig. Und ja, okay. Ja, wie lange nehmen wir auf? Elf Minuten. Wie gesagt, mach mal gucken. Warte mal. Ich hab diese Hose gar nicht gemacht. Ich hab die Hose gar nicht geändert. Ja, toll. Da er eigentlich Jogginghosen manchmal anzieht, aber auch Jeans, ja. Da werde ich ihm jetzt einfach so eine schicke Jeans anziehen, ja. Als ob. Als ob. Als ob. Oh mein Gott. Ich lass es jetzt an. Ich lass es jetzt an. Ja. Ja. Mitbewohner, ja. So Leute, im nächsten Video werden wir aufzeichnen, wie sie sich halt einleben. Ja, tschüss, sag ich mal. Ich hab schon gedacht, was am nächsten Video passiert. Ja, okay. Also, tschüss Leute. Tschüss. Auch weil wir noch nicht von 15 aufnehmen, aber es wird halt ein kürzerer Part. Also sag ich tschau. Bis nächstes Mal Leute. Tschüss. Tschüss. Tschüss.